Moin Lobs, wieder euer Sabai, willkommen zu einem neuen Video und heute zeige ich euch, wo ihr in Fortnite in der Woche 7 den Battlepasterne finden könnt. Auf jeden Fall sorry, dass letzte Woche kein Video rauskam, da war auch nur so ein Fortbyte. Ich wurde da erst am Sonntag fertig mit den Herausforderungen und da wollt ihr das eh nicht sehen, wenn es schon zu spät kommt. So, auf jeden Fall Leute, ist der Battlepasterne in Pressure Plant beim Vulkan. Das sieht man auch auf dem Ladebildschirm, wo dieses komische Gerüst ist. Auf jeden Fall müsst ihr das hier abbauen. Die Fläche hier. Und dann ist hier der Battlepasterne. Wenn es euch gefallen hat und wenn es euch geholfen hat, dann lasst ein Like da und ein Abo und ich würde sagen, haut rein Leute und schaut.